so schmeiße er raus schmeiße er raus oder zuge außer die gleise rausschmeißer ist angesagt mir kommt die ehre zu teilen das ist selten ja das wie mit den zwangsen ja genau das genau andersrum irgendwie ich habe den train simulator schon mal gestartet wird jetzt gleich hier ich habe mir noch ein bitterlemmen aufgemacht lecker das ist eine dreiste lüge doch doch so und da ich einen besonders großen hass auf den ic2 pflege wo ihr mir vielleicht alle zustimmen werdet ein fernverkehrszug ohne bord bistro oder bordrestaurant wie auch immer muss man ablehnen darum werden wir den jetzt ich hoffe dafür gibt es ein quick drive freies spiel oder schnelles spiel schnelles spiel schnelles spiel quick drive haben wir gemacht ja ist schon eingestellt also die strecke und dann rollmaterial aus also ist schon das letzte rausschmeißer also ich habe das nicht verändert ja ne offensichtlich wird wohl so sein so lädt jetzt ein bisschen ich hoffe ich habe es auch nicht mehr ausprobiert vielleicht wäre jetzt auch gar nicht so und jetzt versuchen wir mal hier die suchfunktion naja gut aber sind nur noch fünf seiten das gut hier also fantastisch ja zack geht es direkt los mit schwung in die letzte runde naja das ist schön ja echt cooler stream bitte bin seit 1930 dabei und echt spaß beim zuschauen das ist wunderbar so soll es sein so ja auf jeden fall noch mal einen großen dank auf jeden fall an die moderatoren ja ihr habt das sehr gut gemacht ich denke wir werden da über whatsapp noch mal kommunizieren was da vorgefallen ist oder auch nicht und auf jeden fall noch mal einen sehr sehr großen dank auf jeden fall an die spender daumen hoch so daumen hoch wie bei der computer club ja daumen hoch war das auch so sind wir auch so alt ja wir sind ja wir sind ja schon ein bisschen älteres publikum oder ältere ja damals waren wir auch publikum beim computer club ja das gucken wir ob das der letzte einsatz des zuges wird ja ich hoffe dass es der letzte einsatz so wir sind auf jeden fall startklar sind wir das lzb lassen wir aus ne lzb system on for developer only lzb off ist jetzt schon wieder scheiße das ding ach so muss ich ach nee wir müssen noch irgendwie macht das rollt macht das rollt akkuzug akkuzug ja aber du musst ja trotzdem hier die dinge ja auch mal alles ausgemacht ist weg ist gut so das macht er nicht fahrt richtungsschalter hast du nach vorne fahrt richtungsschalter so nicht nach vorne nein doch der schlüssel da in der konsole links jeder das natürlich pult ein ja wir haben leistung wir haben leistungsaufschaltung geil irgendwie können tun oder ach so ich habe mir ja vorhin so leise nehmen ein kopf ist ja steuerbar und konto naja steuerbar das sind leise rausschmeißer akkuzug ach so ja wir fahren gerade auf akkumulatoren ne die lok lassen wir dran ich glaube denn es rollt ja nicht mehr selbst hier nicht guck mal ja ist so schön zu uns sei muss halt ständig ja 100 leistung muss halt ständig der blitz einschlagen und dann lädt er wieder auf jetzt auf der strecke das ist so hier wurden sehr viele elfen in der nähe die induzieren durch das elfen jetzt habe ich den aschenmecher vergessen böse verfehlung ja auf jeden fall mit den elfen ihr wisst ja wie es ist die machen den strom da auf jeden fall rein irgendwie 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 partie des wlan strom ja die bullen stehen da auch dürfen ja nur 79 fahren jetzt oder was das ist eine dreiste lüge möchte nicht der lüge bezichtigt werden hier doch fahren einfach schnell ja wir sind ja auch schon hier ach das sind wieder meilen so sobald wir auf der strecke drüben sind ja irgendwie sagt denn da der zugtau 150 150 160 die lzb ist bereit guck mal draußen die fahrgäste sind auch noch drinnen ja die wissen nichts davon opfer naja männchen ist ihr job ja es kann ihm müssen die müssen da kann ihm ist sie leiden wird ja auch keiner verletzt ja wir werden wahrscheinlich im flug pause haben dann oder davon hier echt nur 79 fahren ist da eine kurve drin meilen pro stunde wo sind wir denn kannst du machen das ich bin dann auch voll weit weg aber geht doch hier geradeaus oder soll ich mal hier ne wir fahren da runter fahren hier runter guck dass es richtig passt da ich glaube schon das ist alles noch nicht so alles hier ist noch voll die verzweigung ja guck doch mal hin dichter gehen wir dichter an stell uns mal rüber da fliegen wir schon in der kurve raus wenn wir da schon rüber wechseln dann stürzen wir fliegen wir schon raus ach nee aber das ist unten wahrscheinlich oder hier ist hier ist cliff hier ist es scheißegal wir wollen ja auch komm wir stellen einfach nichts ein ja hat uns auch spaß gemacht ich denke drei ist auch mal eine gute uhrzeit für den live stream muss nicht bis sieben gehen ne ja ja nächstes mal weihnachten weihnachtslivestream zugbier 64 bit hoffentlich man weiß nie was kommt ja 11 oktober ist ja auch noch weit hin und vielleicht noch viel passiert geht der trennsimulator gar nicht mehr es gibt kein zugbier man so den ganzen abend nur mit mit tsw ist auch sehr schwierig ach ich bis dahin hauen hier bestimmt noch zwei drei dinge raus ja ja da werden wir wahrscheinlich auch mehr sein aber ich hoffe dass thomas da ist ja vielleicht doch noch ein bisschen meint er ja noch ich hoffe doch ja vielleicht mache ich vorher noch mal ein flugbier ja das wäre auch geil mache ich aber alleine mein neues sauberes flugzeug kommst du da mit rein was ist denn mit dir du kannst ja einfach neu laden ich weiß was das kostet auch wenn ich reinkotze das ist aber irgendwie können wir noch ein bisschen rausgucken hier hier ist Salt Lexity oh ne da wird mir schlecht da wird mir schlecht muss ja nicht hingucken also man macht am meisten spaß wenn man nach vorne gucken kann ja das stimmt was ist das denn hier kann man das eigentlich irgendwie runter machen hier ne aber eigentlich müsste man das doch hier naja naja du weißt es nicht naja Salt Lexity hier rechts aus dem Fenster oh guck mal boah ist doch nicht so schlecht halt an ist doch nicht so schlecht halt an stopp Notbremse was kann man denn da unten nur einschalten was ist denn da noch vielleicht können wir uns auch verstecken vorm Sturz hier was ist denn das da ist Notbremse Büscherscheibe ja und Scheibenbüscheranlage und was links was hast du links noch was hast du noch links ja andere Konsole anderes Bein kommst du auch hin bestimmt oder ne ach doch hier ah ne aber kommst du rein hier das ist links ja sie vergedünnt so so wir haben ein bisschen zurückgesetzt so was ist das denn hier eh oh das wäre auch blöd wenn die falsch gestellt wären ne uh fällst du in den See Patz wie so ein Stein so ding das wäre so schön boah mit 160 ey das mach ich auch nicht mehr ne das 160 siehste das oh so scheiße so weit mit 160 ja man 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 wir haben auch irgendwie ganz schön weit hinten angefangen irgendwie kann das sein wie beim letzten mal aber ausgeflogen ist er dennoch Mist dennoch hat sich ganz prächtig in der Station EC2 da kommt er doch ja der ist doch gleich da der gleich ja hoffentlich ach hier ich seh schon du brauchst jetzt den Steuerkopf mal abkoppeln wieso lass uns doch mal weiterrollen ob wir mit Rollen rüberkommen komm curling IC2 curling rechts abkoppeln rechts da so wir machen IC2 curling jetzt los trau dich wird dann noch schneller beschleunigt doch abgehängt indem es so langsamer werden bremst automatisch kann man den hinten noch was dran nee ja doch kürzeln waren aber noch also können wir von draußen gucken oder ja meine geht sowieso nach draußen vorbeifahrt guck mal so deutsche Bahn das ist die Zukunft vom IC2 ja ja genauso genauso machen wir das das ist die richtige Verfahrensweise Achtung jetzt Fliegzug hä ist implodiert ist implodiert schön ist sogar noch aufgeschlagen wunderschön hat noch geditscht hat noch geknautscht guck mal da stecken noch die ganzen anderen von uns drin da liegt noch so viel Zeug von uns drin das ist echt schön ja vielen Dank das war's vielen Dank fürs Zuschauen bis im Dezember wir sehen uns wir machen einen Trailer raus bis zum vorher wisst ihr ja genau das ist eine dreiste Lüge macht's gut ciao tschö